Ich bin Dina Ruge, Journalistin, und mein Thema ist gesunde Langlebigkeit. Was können wir dafür tun? Mein Name ist Stefan Henschel, ich bin Küchenchef im Cookies Cream, einem Gemüserestaurant. Und wir haben das hier. Das ist unser neuestes gemeinsames Produkt. Es gab schon eins. Richtig. Diesmal mit vereinfachten, verbesserten Rezepten. Das erste Buch, das Verjüngungskochbuch, war ein Spiegel-Bestseller. Ja, darin haben wir ganz viele Rezepte und warum eigentlich auch diese Rezepte so wertvoll sind für unseren Körper. Jetzt haben wir gesagt, wir machen ein Buch plus. Da ist noch mehr drin. Genau. Bisschen einfacher, saisonale Gemüse, regionale Stars und wirklich leicht umzusetzen, aber richtig lecker und schmackhaft. Und der Clou ist, ich habe einen hervorragenden Biochemiker gewinnen können. Das ist Professor Günther Eckert aus Gießen. Der hat sämtliche Gemüse, Obstsorten, Hülsenfrüchte, Nüsse analysiert und eine Hitliste der 100 wertvollsten Lebensmittel zusammengestellt. Und genau aus denen hat Stefan die Gerichte kreiert. Und es schmeckt genial. Er ist einfach ein vegetarischer Küchengott, kann ich nur sagen. Also, der Verjüngungsplan. Probiert die Rezepte aus, macht's einfach, fangt an.